Meika, eine der bekanntesten Marken für Würstchen. Im Glas. Wurst im Glas. Ihr denkt immer, die Wurst wäre das wirklich Gute da dran. Aber vergesst mal die Wurst. Vergesst das tote Tier. Das Wasser. Das Wurstwasser. Oh, man kann es für so viele Dinge benutzen. Man kann es mit an Buletten machen, um den Geschmack zu verändern. Man kann es mit in eine Soße reinbringen. Man kann damit seine Klassenkameraden super dazu zwingen, gegen ein gewinnbringendes Glücksspiel zu saufen. Wurstwasser hat so viel mehr Möglichkeiten. Es ist ein super Dünger, ein super Treibstoff. Habt ihr das mal in euren Tank gekippt? Probiert es aus. Wurstwasser. Kauft Wurstwasser für alles, was ihr euch vorstellen könnt. Es macht auch eure Haut schön weich und geschmeidig. Kauft Wurstwasser.